Hallo Leute und herzlich willkommen zu den neuen Kursen Maria Sympherry. Ich bin mit nur ein bisschen bewaffnet, ich kann nämlich so lange warten wie ich will oder rumsuchen, denn Maria ist nicht hier. Guckt euch den Raum mal genau an. Unter dieser großen Uhrscheibe unter diesem Ziffernplatz sieht es aus, als wären hier zwei Steine. Das sieht aus, als wäre es ein Weg. Wir haben doch einen Gold und einen Silberring bekommen. Und genau diese zwei Dinge muss ich ausrüsten und dann öffnet sich ein Weg. Die Uhr bleibt auf halb sechs stehen. Was sagt uns das? Aha! Es geht weiter! So, jetzt muss ich nur wieder das andere Zeug ausrüsten, was ich hatte. Ich glaube, ich hatte die Munster, oder? Ja. So, wir gehen einmal nach links und einmal nach rechts. Hier sind nämlich im Speicherraum. Aha! Progress! So ist es schön, wenn es weiter geht. Wenn wir endlich einen Weg finden. Tja. Der Fahrstuhl nehmen wir gleich, springe ich aber erstmal drüber. So, erstmal mehr Lebensenergie und mehr Herzen. Haben wir hier noch irgendwas versteckt? Ne, haben wir nicht. Dann würde ich sagen, wir fahren einfach mal eine Etage tiefer. Hier noch was? Nup, sieht nicht so aus. Sieht ein bisschen komisch aus hier unten, oder? Was, was meint ihr? Sieht verdammt creepy aus. PENTAGRAMME AUGEN AUGENAUS BODEN Ein bisschen unerrottig, aber... Alucard? That voice, Maria? I'm sorry, you were right. He has joined forces with the enemy. So it was a Belmont after all. But someone must be controlling him. Whatever we do, we can't harm Richter. But he must be stopped. I know. Well, here. Take these with you. What are these? If you wear these, you can see beyond evil illusions. Thank you. It is best then if you pray for the soul of your friend. Okay. We have that item that we need. Nämlich the прест� of the divine glasses. The災 of the divine glasses. Oh, the災 of the divine glasses. Have you liked that the room is a bit strange. How would it be on the face? And how will Maria so soon? Das ist die nächste Frage. Ist hier ein Genie? Kann sie zaubern? Fragen über Fragen. Gut, was ich noch ausprobieren wollte, ist, was passiert eigentlich, wenn ich die Bibliothekarskarte benutze. Beamte mich der da hin, oder? Wenn ich sie natürlich finden werde. Liederschön, Librarycard. Das sind User-Items, aber ich stehe fest. Tatsächlich, das bietet mich hierher. Das ist ja mal praktisch. So, wo habe ich jetzt wieder mein Schild in diesem wundervollen Rucksack? Hier. Jetzt fehlt mir natürlich ein ganz kleines bisschen Geld. 99 fehlt mir. 99 Dollar. Die werde ich noch ganz schnell farmen. Moment, hier müsste das Licht wieder hier sein, oder? Kann ich da unendlich Geld farmen, hier oben? Ja, geht. Das sind 50. Das sind 75. Ich brauche nämlich 30.000. Und das müsste jetzt 30.000 und 1 Dollar. So, guten Tag. Was kann ich dir denn noch verkaufen? Das kann ich dir denn noch verkaufen. Hier noch ein bisschen was. Im Garten kann ich dir auch verkaufen. Und dann kaufen wir doch mal ein bisschen was bei dir. Du hast nämlich einen Umhang, den hätte ich gern. War das Joseph's Cloak? Ja, Joseph's Cloak. Ihr seht, Kondition plus 3 und Defense um 1 rauf. Danke. Auf Wiedersehen. Und deswegen kaufen wir das gute Stück einfach mal. Zack. Joseph's Cloak. Wunderbar. Oh, das sieht doch cool aus, wenn er sich bewegt. Hoppla. So hat er aus, wenn ich knopfe. Ist richtig schön schwarz, wie sich das gehört. So. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss nach ganz oben. Das heißt, ich kann ja rechts rauslaufen und mich dann nach oben teleportieren. Dann können wir den letzten Abschnitt machen. Gute Ending. Ich komme. Zumindest ich probiere es. Schön, dass ich an dem Buch fast keinen Schaden mache. Ja, ich weiß, es ist viel gelaufen, aber es gibt leider keinen schnelleren Weg. Wenn er schneller gehen würde, würde ich schneller machen, das dürfte ich mir glauben. Hier kommt ein Kopf aus dem Buch. Gidi, gidi, gidi. Gidi. Na, wo wollt ihr denn auch nicht hin? Lasst euch schlagen. Gidi, ectoplasma. Das erinnert mich immer so an Ghostbusters, ich weiß auch nicht. Boom. Boom ins Gesicht. Haufenweise Uncurse. Es gibt gar nicht so viele Gegner, wo einen verflogen fällt mir gerade auf. Tididiii Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es doch nicht. Ja, hier bin ich richtig. Aber der schwarze Umhang sieht richtig gut aus an Alucard. Jetzt bin ich sogar eine schwarze Fledermaus. Das ist ja cool. So, dann ist das der Speicherpunkt, oder? Ne, der Speicherpunkt ist eins drüber. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Okay, genug Spaß gehabt. Wir machen den Rachen frei. Für den letzten Bosskampf. Wir waren so gut wie überall. Wir haben schon eigentlich fast alles, was wir brauchen können. Und deswegen bekommt der gute Richter jetzt einen 1 auf die Nase. Wie es das letzte Mal gelaufen ist, wisst ihr? Muss ich noch mal gucken, ob ich das ausgerüstet habe. Ja, die heiligen Gläser habe ich. Aber auf die Sache mit den Ringen muss man erst mal kommen. Besonders, dass man Maria wieder da treffen muss, wo das Spiel begonnen hat. Bei unserem ersten Treffen. So, gucken wir mal. Ich habe dich erwartet. Answer mich. Warum ist ein Belmont planning die Resurrection des Count Dracula? Count Dracula nur noch einmal ein Jahrzehnt. Und meine Rolle ist vorbei. Wenn ich ihn zurückkennen kann, dann wird die Krieg für die Eterneinheit sein. Wenn diese deine realen Gefühle sind, dann soll ich es. Ah, seht ihr? Da oben ist was erschienen. Eine kleine grüne Kugel. Wollen wir uns eigentlich nur um die kleine grüne Kugel kümmern? Die kleine Kugel ist unser Feind. Richter ist uns ziemlich egal. Au. Ist aber gar nicht so einfach. Ah, guck mal. You've defeated me. But all is not yet lost. The resurrection of Count Dracula is at hand. Ha, 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 ha. After all is not on earth Nein! Was habe ich getan? Vielen Dank, Alucard, für Sie zu retten Richter. Alucard? Das gleiche Alucard, der mit meinem Ancestor, Trevor Belmont? Das war über 300 Jahre vor. Keine Zeit für Smalltalk. Ist die Person, die Sie in dieser Kastle kontrolliert? Ja, ich glaube so. Maria, mach Richter und weg hier. Ich werde das fertig machen. Okay, gute Glück. Das ganze Gebäude steht natürlich auf dem Kopf und so ist natürlich das auch auf dem Kopf. Wisst ihr, wie verwirrend das ist? Wir spielen quasi nochmal durch das ganze Schloss, nur eben auf dem Kopf. Zirkonring. Natürlich gibt es jetzt neue Bosse, neue Feinde und auch neue Geheimnisse. Falle ich da vom... Ne. Ich wollte kurz fragen, ob ich da vom Schloss falle. Oh, guck mal. Da haben sie gar die Items festgetackert. Damit da nichts runterfallen kann. Uh, was ist denn das? Eine High Potion. Das waren natürlich alle meine Fähigkeiten, damit hier was geht. Resist Ice, resist Stone, resist Thunder und das wird wahrscheinlich Fire sein. Ja, und so ist es. Kann ich da durch? Nein. Kein Entdurchkommen. Jetzt will ich noch ganz kurz in das Eckchen hier gucken. Nicht, dass da vielleicht noch irgendwas liegen könnte. Okay, so war es ja beim normalen Schloss. Da war noch unten, glaube ich, dieser Geist versteckt. Dieser Geist-Famila. Und er sucht seinen Kopf. Ja, wir haben den Double Up. Wunderbar. Ach, ist das verwirrend. Hier ist dieses Mal gar kein Druck da. Lasst mich mal gucken. Jetzt muss ich doch erstmal selber irgendwie zurechtkommen mit diesem Upset-Down-Effekt. Oh, da ist ein Schädel. Okay, hier ist nix. Hätte ja sein können, dass sich da was versteckt, aber... Ich rufe dich dann doch nicht. Oh Gott, ist das verwirrend, wenn das genau umgedreht ist. Gar nicht dringen. Kann man verkaufen. Kann ich da eigentlich normal laufen? Ja, kann ich. Da ist der Ausgang. Man muss halt nur wissen, wie. Aber über mir ist auch noch einer. Was ist das über mir? Genau, wo bin ich denn? Ah, das ist hier über der Treppe. Okay. Was haben wir hier? Hier ist der Speicherraum. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich ihn da bitte speichern? Aber die Kugel ist hier unten. Somit passt das wieder. Interessant. Definitiv. Wenn ich jetzt da reinspringe, komme ich hier hin. Ah! Ne, ich bin mir die Kaskarte. Was vorhin normal war, ist jetzt halt total umständlich. Weil du überall deine Fähigkeiten brauchst, damit du hier normal irgendwo hinkommst. Wer macht sowas? Wer dreht das Schloss einfach um? Oh. Boss. Darkwing Bad. Darkwing Bad. Oi. Gott sei Dank macht er nicht viel Schaden. Aber ich mach ordentlich. Ah. Ah. Autsch. 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 Das mit diesem Juwelen besetzten Schlaghandschuh ist ein bisschen blöd. Weil ich hab überhaupt keine Reichweite. Also wenn er den Wind macht, darf ich nicht springen, sonst hau es mich weg. Aber ich glaube, er ist eh schon drin, oder? Ja. Burn. Brenne, mein Freund. So ist es gut. Obtänt Ring of Vlad. Ring von Vlad. Was macht denn Ring von Vlad? Ring of Alles. Ich seh den nirgendwo. Warte mal. Ist das vielleicht ein Relikt? Oh. Eins von fünf Geheimnissen. Intelligenz plus zehn. Das ist gut. Da kann man sich ja nicht beschweren. Aber ich glaube, ich hab keine Lebensenergie abbekommen, oder? Oder Herz ab. Ging es jetzt noch weiter nach oben, oder täuscht mich das? Ne. Ist normal, egal. Okay. So, also es wäre da vielleicht noch eine Etage. Gut. Schon den ersten Boss geplättet, ja? Oh. Kommt jetzt nicht weg, oder? Boah, bla bla bla. Bombenritter. Die sind neu. Die gefallen mir schon mal gar nicht, ja? Alles, was Bomben wirft, ist normalerweise schlecht. Kennt man. Na, komm doch. Mit ein bisschen Zickerei geht das schon. Aha, Geheimnis. Was sagen wir denn hier? Den Mondstab. Ist ja besser als dieses Ding. Ne, ist schlechter. Und ganze vier Punkte. Ist schon ein ordentlicher Batzen, wenn man so überlegt. Na, ihr Bombenritter. Bomberman ist woanders unterwegs. Ihr seid im falschen Spiel. So, das machen wir. Ich gehe oben drüber. Das glaube ich ist einfach. Sind aber auch nicht so natürlich schwer die Türen. Ist ja noch was, ne? Ich will natürlich wieder so gut wie alles, ihr kennt mich einfach. Zumindest die ganzen Räume aufdecken, dass ich da keine einzelnen Eckchen habe, wo nichts ausgefüllt ist. Das ist immer eklig. So, wo können wir denn hier hin? Nirgendwo, da gibt es noch 100 Gold. Ein Herzchen. So, oben links geht es raus. Ah, dasselbe Schloss nochmal ablaufen. Das wird interessant. Hey, dich kenne ich doch mehr. Du warst noch ein Special Feind im ersten Schloss. Ich habe zufällig noch was ich bei der Wand gefunden. Also nicht unsichtbar, aber eine versteckte Wand. Hier, hier. Lass mich durch. Nein, 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 nein. Bin ich denn jetzt? Ah, diese blöde Glockenturm wieder. Ich bin total verwirrt von dem Level-Layout. Ist hier noch irgendwas? Hier noch irgendwas? Ne. Da geht es noch unten. Und oben war nichts, okay. Wobei jetzt unten ja eigentlich oben ist, ne? Au, au, au. Ach, das ist genau dasselbe, wo ich den Special Boss gefunden habe. Ja, genau. Kenn ich, weiß ich. Ey, 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 Lebensenergie. Ja, 288 Hitpoints. Wie schon wieder. Oh, da gibt es was für mehr Herzen. Das hat sich gelohnt. Spricht, das bedeutet, die Upgrades sind alle an derselben Stelle wie zuvor auch. Das macht das Ganze interessant. So, ich will auch trotzdem nicht hierbleiben, bin ich ganz ehrlich. Hier hoch, hier hoch, hier hoch und hier wieder zurück. Aber, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir machen den Cut für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Castlevania Symphony of the Night. Bleibt wundervoll, bleibt sexy. Ich bin der Zeugmann, stay tuned. And so long.